Wenn ich Hashimoto habe und ich habe einen deutlich erhöhten THK-Wert festgestellt, wie ist dessen Dynamik, wie wird sich das entwickeln? Nun, THK ist einer der zwei typischen Hashimoto-Antikörper, die man messen kann. Und die meisten, Ärzte und Ärzte, messen das ja höchstens einmal zur Diagnosestellung. Wir messen das bei unseren Patienten und Patienten alle drei Monate, um einen Verlauf zu sehen, weil wir eben sehen wollen, wenn jemand sich Lektin-frei nährt, darunter fallen diese Antikörpernährigen sehr gut ab. Wir wollen gucken, ob jemand das konsequent macht, ob es funktioniert, ob wir den Abfall sehen. Wenn wir den Abfall nicht sehen, dann bedeutet das meistens für uns, im Ernährungstagebuch gibt es eine Diätfehler oder müssen wir noch weitere Nahrungsmittelintoleranz-Tests machen, die noch mit hereinspielen. Aber in der Regel sehen wir, wie THK-Werte wirklich schön runtergehen. Und THK-Werte fallen, gelektinfreie Ernährung, auch übrigens schneller als TPU-A. An dieser Stelle unterbrechen wir dieses Video, denn das Video ist eigentlich Teil meines kostenpflichtigen Ernährungsprogramms. Sie bekommen jetzt trotzdem eine Möglichkeit, sich dieses Video zur Probe anzuschauen. Das machen wir, damit Sie einen Eindruck erhalten können, welche Inhalte Sie erwarten, wenn Sie sich entscheiden, mit uns hier in der Praxis Dr. Gerscht zusammenzuarbeiten. Um das Video jetzt einmal vollständig anschauen zu können, schicken Sie bitte eine SMS mit dem Wort Video und die Nummer des Videos sehen Sie jetzt hier eingeblendet an die genannte Hände. Sie erhalten dann von uns eine SMS mit dem Link zum vollständigen Video zurück und wir kontaktieren Sie auch, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit Sinn hat. Mein lektinfreies Ernährungsprogramm, das zeige ich Ihnen hier einmal, das ist übrigens eine Ansammlung, nicht nur von Videos. Also ja, Sie kriegen auch Zugriff hier auf mein Business-Astiv, gucken Sie. Das hat jetzt über 1600 Videos zu allen möglichen Aspekten der lektinfreien Ernährung. Aber eigentlich geht es darum, dass Sie in dem Programm persönliche Unterstützung bekommen, durch unsere Community, durch die Videosprechstunde, die wir jede Woche machen. Denn die Erfahrung zeigt, viel Wissen nützt Ihnen gar nichts, sondern es geht um die tatsächliche Umsetzung. Eine lektinfreie Ernährung funktioniert sehr gut, wenn Sie sie zu 100% fehlerfrei umsetzen. Und wir wissen, wenn wir Ihnen jetzt nur Videos geben würden, dann wird das in der Regel leider nicht klappen. Deswegen bieten wir eine lektinfreie Ernährungsumstellung, auch ausschließlich im Rahmen von meinem strukturierten Ernährungsprogramm. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Dr. Herrsch, warum stellen Sie dann nicht einfach alle Videos kostenlos ins Internet, wenn man doch sowieso die Gemeinschaft des Programms und die persönliche Unterstützung für eine lektinfreie Ernährungsumstellung braucht. Weil ich weiß, dass Sie ganz sicher Rückfragen haben. Und die Rückfragen, dafür brauchen wir den richtigen Rahmen, die zu beantworten. Meine Praxis bezahlt sehr gute Löhne. Wir stecken wirklich viele Ressourcen in dieses Ernährungsprogramm. Beispielsweise habe ich zwei Mitglieder im Team, die nichts anderes in ihrem Job machen, als die lektinfreien Rezepte auf unsere Patientinnen und Patienten individuell anzupassen. Deshalb, wer jetzt sagt, ich möchte sowieso kein Geld ausgeben, der ist bei uns und zu sich leider nicht wichtig. Und ich muss auch dazu kommen. Für diese Menschen ist auch eine lektinfreie Ernährung. Denn allein gute Lebensmittel kosten mehr Geld in nektinfreier Qualität als konventionelle Lebensmittel. Und wie soll ich Ihnen sagen? Der Preis von einem schlechten Lebensmittel gegenüber einem guten nektinfreien Lebensmittel ist wahrscheinlich mehr als das Hundertfache davon. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt sagen, naja, Hundertfache, wie soll es sein? Dann haben Sie sich mit der Thematik, was Ernährung alles an negativen Folgen auslösen kann, wenn man die falsch macht, wenn Sie essen, was Ihnen schadet, noch nicht beschäftigt. Schauen Sie sich dazu bitte mehr Informationen an, weil dann sind Sie einfach noch nicht. Aber wenn Sie jetzt sagen, Exilfreie Ernährung, Sie haben mich jetzt am Haken, das machen wir, dann lade ich Sie ein, kommen Sie direkt in unser Ernährungsprogramm und wir starten durch. Und wenn Sie jetzt aber erst einmal genauer wissen möchten, wie geht jetzt dieses Video hier weiter, wie läuft eine Zusammenarbeit ab, dann, meine Eindeladung, sagten Sie, schicken Sie uns diese SMS zu. Die SMS kostet Sie das, was in Ihrem ganz normalen Hängeterif für eine Nachricht anfällt. Die Antwortnachricht, die Antwort-SMS von uns, die berechnen wir Ihnen nicht. Und Sie müssen wissen, der Abruf ist auf maximal zwei Videos limitiert, weil spätestens dann bitten wir, sich zu befreien. Möchten Sie über das Arbeiten, ja oder nein? Also, senden Sie uns jetzt eine SMS an die eingeblendete Nummer und Sie erhalten Zugriff auf die vollständige Version des Videos. Ich freue mich, wenn ich Sie dabei begleiten, unterstützen darf, Ihre Erinnerung zu uns erstellen. Bis dahin. Tschüss. Check out your vitals and define your issues. Set up your goals for a healthier you. Care about your complaints and prevent future ones. Let's make your mark for longevity. Here at Dr. Gurz, your life has worth.